Im Zuge der Verfassungsnovelle vom 11. Dezember 2014 wurde sie beschlossen. Seit dem 1. Jänner 2016 ist sie in Kraft. Die Gemeindeprüfkompetenz des Burgenländischen Landesrechnungshofes. Durch diese Ausweitung der Kontrollbefugnisse konnte der Landtag eine bestehende Lücke bei der Kontrolle burgenländischer Gemeinden unter 10.000 Einwohnern schließen. Die ersten Umsetzungsschritte präsentierte der burgenländische Landesrechnungshofdirektor Michael Litz auf Einladung des Landtagspräsidenten vor den Vertretern des Landtages. Informationen an die Gemeinden erfolgen über die Gemeindevertreterverbände. Einen schönen guten Morgen. Wir dürfen Sie zu unserer gemeinsamen Pressekonferenz recht herzlich begrüßen und Dankesagen für Ihr Erscheinen. Ich darf recht herzlich den Direktor des Burgenländischen Landesrechnungshofes, Mag. Andreas Michalic, willkommen heißen. Weshalb sind wir heute hier zusammengekommen? Anlass für diesen Termin ist die Auswertung der Kompetenzen des Burgenländischen Landesrechnungshofes, konkret und kurz gesagt die Gemeindeprüfkompetenz. Beschlossen wurde diese im Rahmen der Änderung des Landesrechnungshofgesetzes, die mit der Novellierung der Burgenländischen Landesverfassung im Dezember 2014 einherging. Und jetzt eben mit 01.01.2016 ist diese Novelle des Rechnungshofgesetzes de facto in Kraft getreten und für die Umsetzung bereit. Im Anschluss an die letzte Sitzung des Burgenländischen Landtages habe ich den Direktor des Burgenländischen Landesrechnungshofes, Mag. Michalic, eingeladen. Die Vertreter des Landtages im Rahmen einer erweiterten Präsidiale, sprich nicht nur die mit Clubstatus ausgestatteten Parteien, sondern auch die anderen hierher zu kommen, um eben über die Kompetenzausweitung zu informieren. Und heute möchten wir Ihnen und in weiterer Folge auch natürlich der Öffentlichkeit diese Neuerungen und die Vorgehensweise, die dann der Herr Direktor an Sie weitergeben wird, eben darlegen. Bevor wir dann zu dieser praktischen Umsetzung dieses Gesetzes kommen, möchte ich noch einige Hintergründe über die generelle Aufgabe des Landesrechnungshofes nochmal in Erinnerung rufen. Der Rechnungshof fungiert und als dieser wird ja auch natürlich die Gemeinden überprüfen, als unabhängiges und weisungsfreies Organ des Burgenländischen Landtages. Und er ist verantwortlich für die Prüfung der Gebahrung des Landes, also für alle Tätigkeiten, die schlussendlich zu Einnahmen oder aber auch zu Ausgaben führen. Und somit unterstützt er natürlich auch die Gesetzgebung in Form von Prüfberichten, auf deren Grundlage er konkrete Empfehlungen, zum einen für Verbesserung der Qualität, zum anderen aber auch für Einsparungen oder aber auch für mehr Einnahmen abgibt. Bei manchen geprüften Stellen ist das natürlich auch mit einem Aufwand verbunden, weil es klarerweise mehr Arbeit bedeutet. Aber wir wissen, dass diese Arbeit sich allemal bezahlt macht, weil eben im Rechnungshof und dahinter stehen natürlich auch Personen sehr viel Know-how steckt und die allemal zum einen natürlich oft zum Abstellen von Missständen führen, aber auch zum anderen zu Qualitätsverbesserungen, aber auch zu neuen Strukturen. Was ist jetzt die Neuerung? Die Gemeindeprüfkompetenz eben mit 01.01. dieses Jahres, an dem eben dieses neues Landesrechnungshofgesetz in Kraft trat. Bis dato durften lediglich Gemeinden mit mehr als 20.000 Einwohnern geregelt im Bundesrechnungshofgesetz geprüft werden. Für das Burgenland natürlich eine sehr interessante rechtliche Festlegung, weil es ja keine Gemeinde im Burgenland gibt, die mit so vielen Einwohnern eben ausgestattet ist. De facto hat das bis jetzt eben geheißen, dass keine burgenländische Gemeinde eigentlich geprüft werden konnte, durch das Bundesrechnungshofgesetz. Es konnten nur Gemeinden unter 10.000 Einwohner de facto geprüft werden, auf Ersuchen der Landesregierung. Das war die gesetzliche Regelung, die wir im Bundesrechnungshofgesetz gehabt hatten und dies über beinahe 80 Jahre lang. Jetzt, wenn wir von der Novelle des burgenländischen Landesrechnungshofgesetzes sprechen, dann ist eben es ab 01.01. möglich, die Prüfung der Gebahrung von Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohnern, sowie die Prüfung der Gebahrung von Stiftungen, Fonds und Anstalten, die von Organen einer Gemeinde mit weniger als 10.000 Einwohnern verwaltet werden. Zum Zweiten die Prüfung von Gemeindebeteiligungen ab einem Geschäftsanteil von 50 Prozent und die Prüfung öffentlich-rechtlicher Körperschaften und Mitteln einer Gemeinde eben auch mit weniger als 10.000 Einwohnern. Außerdem wurde ein Abstimmungsmodus in dieser Novelle neu formuliert, nämlich die Abstimmung der Prüftätigkeiten. Und im Zuge der Neuerungen wurde eben auch festgelegt, dass es zu keinen Doppelprüfungen kommen soll. Also um diese zu vermeiden, soll eben der Landesrechnungshof seine Prüfungstätigkeiten mit jener eben des Landes im Bereich der Gebahrungsprüfungen der Gemeinden abstimmen. Wie kann ein Prüfverfahren eingeleitet werden? Der Burgenländische Landesrechnungshof führt Prüfungen entweder initiativ durch, das heißt aus eigenem, oder aber auf Ersuchen der Landesregierung oder auf Beschluss des Landtages. Prüfungen auf Ersuchen der Regierung bzw. auf Beschluss des Landtages dürfen nur je zweimal jährlich eingeleitet werden. Ersuchen der Landesregierung sind nur bei Gemeinden zulässig, in denen vergleichsweise Auffälligkeiten festzustellen sind, Entwicklungen, Negativentwicklungen bei Schulden oder eben Haftungen. Was passiert, wenn eine Initiativprüfung, das heißt eine Prüfung seitens des Burgenländischen Landesrechnungshofes initiiert wird? Er übermittelt dann seinen Berichtern den Gemeinderat, den Bürgermeister sowie die Landesregierung. Wir haben aber auch im Gesetz definiert, dass wir in einer Legislaturperiode zehn Prüfungen eben durchführen wollen. Das heißt, hier haben wir eine Obergrenze festgelegt. Nach einer erfolgten Prüfung wird das vorläufige Ergebnis, weil auch hier gibt es immer Fragen, wer bekommt denn dann das vorläufige Ergebnis. Also das wird dem Bürgermeister sowie der geprüften Stelle, also der Gemeinde, übersandt. Und dann natürlich, so wie es auch bei anderen geprüften Stellen üblich ist, die Möglichkeit einer schriftlichen Äußerung eingeräumt. Nach einer Dreimonatsfrist werden dann Stellungnahmen, die aufgrund eben der Prüfergebnisse dann vorliegen, eben mit Vorschlägen ausgestattet, die eben dann auch Maßnahmen eben auch beinhalten. Kurz noch zur Gemeindeaufsicht. Bislang oblag die Prüfung der Gemeinden ausnahmslos der Gemeindeaufsicht. Nur zum Unterschied zum Rechnungshof ist die Gemeindeaufsicht kein unabhängiges Organ und nimmt keine Wirtschaftlichkeitsprüfungen vor. Durch die Gemeindeprüfkompetenz kann jetzt der Burgenländische Landesrechnungshof die Gemeindeaufsicht fortan unterstützen. Und hier schließt sich jetzt auch eine Kontrolllücke. Ersetzen soll er die Gemeindeaufsicht natürlich nicht, um dies auch klar zu sagen. Sie sehen also, die Prüfungen werden, da bin ich sicher, sehr kooperativ verlaufen und sie dienen. Und auch das soll gesagt werden, nicht dazu Missstände bzw. etwa verantwortliche hier anzubrangen, sondern dazu eben öffentliche Mittel gesetzmäßig, sparsam wirtschaftlich und zweckmäßig einzusetzen. Und am Ende jedes Prüfverfahrens sollen eben dann auch Einsparungen, Mehreinnahmen, aber auch Qualitätsverbesserungen stehen. Ich darf nun den Herrn Direktor um seine Ausführungen bitten. Sehr geehrter Herr Präsident, danke für das Wort. Meine sehr geehrten Damen und Herren, werte Medienvertreter, Der Landtag hat seine Kontrollrechte erweitert und der Landesrechnungshof ist sein Hilfsorgan, das dann in der Praxis diese erweiterten Kontrollbefugnisse wahrnimmt. Die rechtlichen Grundlagen hat der Landtagspräsident schon erörtert. Aber neben den gesetzlichen Voraussetzungen geht es vor allem ja auch darum, dass mit der Erweiterung der Kontrollbefugnisse auch eine Erweiterung des Prüfvolumens für den Burgenländischen Landesrechnungshof einhergeht, waren es bisher rund 1,6 Milliarden Euro, die der Prüfkompetenz des Landesrechnungshofes unterworfen waren. So sind es nunmehr mit Jahresbeginn, sind die nunmehr mit einem Prüfungsvolumen von rund 2,2 Milliarden Euro konfrontiert. Das ist eine Erhöhung von 33 Prozent. Konkret geht es dabei natürlich um die Gemeindeausgaben, die das Prüfungsvolumen erhöhen. Die Gemeindeausgaben ist anhand der Finanzstatistik von 2013 beliefen sich dabei auf rund 540 Millionen Euro. Für die Ausübung der Kontrollbefugnisse sind natürlich auch Ressourcen notwendig. Die Ressourcen des Burgenländischen Landesrechnungshofes in Zahlen gegossen finden sich natürlich im Budget wieder. Wir haben aktuell ein Budget von rund einer Million Euro, davon 90 Prozent für den Personalaufwand und 10 Prozent für den Sachaufwand zur Verfügung. In Köpfen besteht das Prüfteam des Burgenländischen Landesrechnungshofs aktuell aus neun Prüfern, einer Verwaltungsassistent und meiner Wenigkeit. Neben den gesetzlichen Voraussetzungen und den zur Verfügung stehenden Ressourcen geht es natürlich auch darum, dass wir unsere Kontrollbefugnisse ausgewogen wahrnehmen. Das heißt konkret, dass wir neben der Prüfkompetenz der Gemeinden auch die gesamte Gebarung des Landes, die Dienststellen, Ämter, Behörden sowie die Landesbeteiligungen unter unserer Prüfkompetenz haben. Das heißt, hier gilt es darum, ausgewogen und nicht einseitig sich nur auf ein Prüfgebiet zu konzentrieren, sodass wir eventuell nur die Landesverwaltung oder nur Landesbeteiligungen oder nur Gemeinden prüfen würden. Daher ist es natürlich oberstes Gebot mit erhöhter Sorgfalt, eine risikoorientierte Auswahl der Prüfkandidaten zu treffen. Und das bedeutet konkret auf Bezug der Gemeinden jetzt, dass wir uns dazu entschieden haben, nach einem Bewertungsschema vorzugehen, das nach objektiven, klar nachvollziehbaren Kriterien, Fakten und Indikatoren in seiner Auswertung dann die zehn Prüfkandidaten aus den 171 Gemeinden ergibt. Die Struktur des Bewertungsschemas sieht folgendermaßen aus, dass es aus fünf Indikatoren besteht, die jeweils gleich zu je 20 Prozent gewichtet sind. Es wird dann noch die Möglichkeit geben, einen zusätzlichen Indikator für sogenannte Spezialaspekte zu berücksichtigen. Und jeder Indikator ist nochmals unterteilt in drei Kategorien. Diese Unterteilung hat den Sinn und Zweck, dass man dann in den Indikatoren natürlich auch noch eine Gewichtung vornehmen kann. Hier werden dann Punkte vergeben, Kategorie 1, der 1 Punkt, Kategorie 2, 2 Punkte und Kategorie 3 Punkte. Je höher die Punkte, Anzahl in den jeweiligen Kategorien, umso höher und interessanter ist die Gemeinde zu prüfen, umso höher ist schlichtweg die Prüfungsrelevanz. Welche Indikatoren ziehen wir heran? Zunächst natürlich die Bevölkerungsanzahl. Sie ist natürlich ein maßgeblicher Indikator für die Höhe des Budgets einer Gemeinde, für die Höhe der Einnahmen und Ausgaben einer Gemeinde. Hier werden wir dann in den Kategorien darunter eine Staffelung vornehmen nach Gemeinden bis 2.500 Einwohnern, Gemeinden bis 5.000 Einwohnern und die höchste Kategorie Gemeinden bis 10.000 Einwohnern. Das heißt Gemeinden bis 10.000 Einwohnern, naturgemäß dann drei Punkte, die niedrigste Kategorie nur einen Punkt. Der zweite Indikator soll einen Hinweis liefern auf die Bedeutung einer Gemeinde. Im Zusammenhang mit der notwendigen Infrastruktur der Gemeinde handelt es sich nur um eine Landgemeinde mit eher geringerem Infrastrukturaufwand. Handelt es sich um eine Gemeinde mit Zentrumsfunktion, als Beispiel kann man vielleicht anführen, Oberschützen, sicherlich keine Großstadt, aber als Schulstandort von überregionaler Bedeutung. Also klar mit Zentrumsfunktion oder handelt es sich, und das wäre dann eben die höchste Kategorie, um eine Bezirkshauptstadt. Die zwei weiteren Indikatoren, Indikator 3 und 4, setzen sich vornehmlich mit der Haushalts- und Finanzsituation sowie mit den finanziellen Verpflichtungen der Gemeinden auseinander. Dabei werden wir mit Kennzahlen arbeiten, die wir aus den Rechnungsabschlüssen der Gemeinden gewinnen werden. Zum einen der Quote, freie Finanzspitze, der öffentlichen Sparquote, dem Kassastand oder der Summe der laufenden Gebahrung und der Vermögensgebahrung. Die Kategorien sind hier naheliegend. Bei der Haushalts- und Finanzsituation wird die Kategorisierung so aussehen, dass wir eben von einer guten, mittelmäßigen und schlechten Haushaltsfinanzsituation sprechen. Bei den finanziellen Verpflichtungen ebenso von geringen Verpflichtungen, mittleren Verpflichtungen oder hohen Verpflichtungen. Bei den finanziellen Verpflichtungen geht es natürlich hauptsächlich um Schulden, um die Verschuldungsdauer und die Haftungen pro Einwohner, die wir als Kennzahlen für die Auswertung heranziehen werden. Der letzte Indikator, der standardmäßig zur Anwendung kommen wird, ist jener, der uns Auskunft darüber gibt, wann ist die letzte Gemeindeprüfung erfolgt durch die Gemeindeaufsicht. Wir folgen hier schon nach dem gesetzlichen Auftrag einer Abstimmung, dass wir schon auch bei der Bewertung, welche Gemeinden zur Prüfung ausgewählt werden, versuchen das zu berücksichtigen, wann die letzte Gemeindeprüfung durch die Gemeindeaufsicht stattgefunden hat. Und hier ist natürlich klar, je weiter zurückliegend die Gemeindeaufsicht geprüft hat, umso höher wird hier die Kategorisierung angesetzt und umso höher ist dann die Punkteanzahl. Der von mir angesprochene Indikator für Zusatz, also Spezialaspekte, kommt dann zur Anwendung, ich sage, der kann zur Anwendung kommen, der kommt nicht immer zur Anwendung, wenn es eben um Spezialaspekte geht. Was können Spezialaspekte sein, zum Beispiel eben die Schulden ausgegliederter Unternehmen, die sehen wir ad hoc und per se so nicht in den Rechnungsabschlüssen der Gemeinden, die sind dort nicht vorhanden. Oder wenn es dazu kommt, dass eben auf der einen Seite zwar eine hohe Finanzkraft ausgewiesen ist, aber auf der anderen Seite die Gemeinde doch auch eine Abgangsgemeinde ist. Also solche Besonderheiten können dann unter diesem Indikator zur Berücksichtigung kommen. Auch dort soll es dann zu einer Unterteilung kommen nach den drei Kategorien. Sie sehen also, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Prüfkandidaten unter den 171 Gemeinden resultieren aus einer objektiven Bewertungsmethode, anhand klar nachvollziehbarer Fakten und Indikatoren. Und im Endeffekt, im Resultat, liegt dann ein Bewertungsschema vor, das, wenn ich das kurz zeigen darf, dann im Endeffekt so aussieht, dass wir ein Raster, eine Matrix vorliegend haben, wo in der Spalte ganz rechts dann ersichtlich ist, die Punkteanzahl. Es können maximal je Gemeinde 18 Punkte vergeben werden, nämlich in den sechs Indikatoren jeweils drei Punkte. Am schönsten ist es natürlich für die Prüfrelevanz einer Gemeinde, wenn sie nicht von uns besucht werden will, wenn sie fünf Punkte hat. Das ist die niedrigste Punkteanzahl, die möglich ist, wenn in allen Kategorien eben die Kategorie 1 bei den jeweiligen Indikatoren angesprochen wird. Soweit zu der Auswahl der Gemeinden. Wenn wir die Gemeinden ausgewählt haben, stellt sich natürlich die Frage, was prüft der Landesrechnungshof in den Gemeinden, welche Prüfgebiete werden durch den Landesrechnungshof bearbeitet. Im ersten Schritt natürlich die gesamte Haushalts- und Finanzsituation und das nicht nur von einem Jahr, sondern wenn wir dann eine Gemeinde prüfen, werden wir sicherlich fünf Jahre zurückgehen, um auch eben einmal Effekte ausschließen zu können. Was gehört alles zu Haushalts- und Finanzsituation, Rücklagen, Fremdfinanzierungen, Haftungen, Schuldenstand? Natürlich befassen wir uns auch mit klassischen Feststellungen zur Gebahrung, den Rechtsgrundlagen, der Entwicklung eben im Periodenvergleich, zum Beispiel eben auch der mittelfristigen Finanzplanung und dem Anlagevermögen. Der Landesrechnungshof wird sich sicher auch auseinandersetzen mit Ausgaben im Bereich der öffentlichen Einrichtungen. Konkret bedeutet es eben im Bereich der Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Altersbetreuung, Kindergarten, Bauhof etc. Wir werden uns natürlich auch auseinandersetzen und es genau unter die Lupe nehmen, die Abwicklung von Bauvorhaben, Umbau von Schulgebäuden zum Beispiel, Erweiterung von Kindergärten, Straßenbauvorhaben. Und wir werden natürlich auch uns auseinandersetzen und mit den Beteiligungen, mit den Unternehmen, an denen Gemeinden beteiligt sind, die werden wir natürlich auch dann einer Prüfung unterziehen. Das beginnt mit der Einsichtnahme in Jahresabschlüsse. Wir befassen uns dort sicher dann auch mit der Vermögens- und der Tragslage, aber auch mit den rechtlichen Grundlagen, die dahintersteht, eventuellen Pacht-, Miet- und Baurechtsverträgen. Wie prüfen wir diese Prüffelder, die ich jetzt exemplarisch aufgezählt habe? So wie es im Gesetz geregelt ist, nach den Prüfmaßstäben, die im Gesetz verankert sind. Das ist die Rechtmäßigkeit, die ziffermäßige Richtigkeit der Rechenwerke, die Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit. Kurzum, der Landesrechnungshof prüft einerseits, was getan wird, um eine Aussage treffen zu können. Über die Effektivität. Und der Landesrechnungshof prüft, wie es getan wird, um eine Aussage treffen zu können, über die Effizienz der verausgabten Mittel. Zum Prüfungsablauf, das hat der Landtagspräsident schon kurz angeführt. Wir werden das natürlich so handhaben, wie es im Gesetz und in unserer Geschäftsordnung geregelt ist. Hier wird es kaum Abweichungen zu den üblichen Prüfungen, wie wir sie bisher schon abführen, geben. Das Einzige, worauf wir uns intern im Landesrechnungshof einstellen, ist natürlich, dass die Prüfungsdauer bei Gemeinden vermutlich etwas länger dauern wird. Ganz einfach, weil die Gemeindeverwaltung in der Regel ja sehr schlank aufgestellt sind und nicht vier, fünf Mitarbeiter ausschließlich in der Verwaltung tätig sind und uns dann auch als Auskunftspersonen zur Verfügung stehen und uns nur ausschließlich eben Unterlagen aufbereiten können, die wir für die Prüfung benötigen werden. Unsere Empfehlungen, das Ziel der Prüfung im Endeffekt ist natürlich auch immer eine erhöhte Transparenz und Aussagekraft, einen höheren Informationsgehalt und eine verbesserte Vergleichbarkeit auch unter den Gemeinden zu gewinnen und das eben durch eine möglichst einheitliche Datenstruktur, verbesserte Steuerung, eine vollständige und möglichst getreue Darstellung der Vermögens- und Finanzlage. Klar ist, aus unserer Sicht, so wie die Gemeinden, wie sie jetzt auch an den Prüffeldern erkennen können, ein sehr breites Aufgabengebiet ist, müssen wir uns auch im Landesrechnungshof für diese Prüfung breiter als gewöhnlich aufstellen. Das heißt, wir werden auf jeden Fall mit einem dreiköpfigen Kernprüfteam im Bereich der Gemeindeprüfungen agieren, das dann im Bedarfsfall fachspezifisch durch weitere Prüfe im Landesrechnungshof aus dem technischen, rechtlichen oder wirtschaftlichen Bereich ergänzt werden kann. Ziel für den Prüfprozess, für den Ablauf einer Prüfung ist es aus unserer Sicht auf jeden Fall, dass wir die Prüfungsabwicklung effizient gestalten, effizient für uns als Prüfer, aber natürlich auch effizient für die geprüften Gemeinden. Abschließend noch ein Satz zum Status Quo und da greife ich vielleicht schon der einen oder anderen Frage voraus. Ich kann Ihnen heute nicht zum gegenwärtigen Zeitpunkt sagen, wer die erste Gemeinde ist, die wir prüfen werden, weil wir eben gerade dabei sind, dieses Bewertungsschema, so wie es eben vor Ihnen liegt, zur Auswertung zu bringen und dabei natürlich die Indikatoren 3 und 4, also die Indikatoren zur Haushalts- und Finanzsituation und der Indikator für die finanziellen Verpflichtungen, die erfordern hier doch auch ein höheres Arbeitspensum. Warum? Weil wir eben hier Rechnungsabschlusskennzahlen auswerten müssen und auch berechnen müssen und das eben von 171 Gemeinden und nicht nur eben für ein Jahr, sondern für zumindest drei Jahre, um auch hier eben zu vermeiden, dass Einmaleffekte, wie zum Beispiel die Einnahmen, die einzelne Gemeinden gehabt haben aus dem Verkauf ihrer Pegas-Anteile, auch hier ausmerzen zu können. Ziel ist es im Endeffekt, und dahingehend wird sich unser Bemühen richten, dass wir noch im ersten Quartal 2016 die erste Gemeindeprüfung einleiten können. Ich hoffe, dass uns das gelingt und unser Bemühen wird sich dahingehend richten. Soweit zu meinen Ausführungen, stehen natürlich für Fragen gerne zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017